ganz schön mutig herzlich willkommen zu deinem podcast für ein erfülltes leben mein name ist andreas burmann und ich freue mich alle zwei wochen mit melanie wolfers über das wenn man so will leben zu sprechen mit all seinen facetten melanie wolfers ist philosophin bestseller autorin und lebt in wien und deshalb ein hallo und hallo melanie nach wien hallo lieber andreas wir wollen heute über freundschaft sprechen aber freundschaft in einem speziellen sinne denn in einem buch von dir gibt es ein zitat mit sich befreundet sein das klingt irgendwie fremd und ich muss gestehen als ich gelesen habe mit sich befreundet sein habe ich gedacht wie geht das eigentlich für mich ist freundschaft immer eine freundschaft zu einem anderen menschen was ist der begriff freundschaft wenn man mit sich befreundet ist was verbindest du damit ich möchte nicht so auf dieses klingt fremd reagieren ich glaube die wichtigste beziehung die wir alle führen ist die mit uns selbst weil wir selbst der mensch sind mit dem wir lebenslang zusammenleben und da ist so meine erfahrung in der beratung oder auch durchaus immer wieder auch beim blick ins eigene leben dass so der umgang mit uns selbst mit der person mit der wir vom ersten bis letzten atemzug von morgens bis abends zusammenleben dass dieser umgang häufig nicht sehr wertschätzend förderlich wohlwollend ist und da habe ich mich dann eben so gefragt was für ein bild kann helfen um eine andere freundlichere beziehung mit sich zu entwickeln und da kam mir eben der gedanke der freundschaft und bevor ich erzähle was für mich freundschaft mit sicherheit würde ich gerne dich fragen andreas wann würdest du denn jemanden als eine echte freundin oder als einen guten freund bezeichnen was kommt ihr da also erst einmal kommt ganz wichtig das vertrauen als zweites würde ich sagen mit einem freund mit freundin kann ich mein herz ausschütten kann ich erzählen was mich umtreibt ich kann mich darauf verlassen dass dieser mensch da ist wenn es mir schlecht geht aber natürlich auch wenn es mir gut geht wir können was zusammen machen ja und wir wir haben eine unausgesprochene wellenlänge so dass wir wissen ich habe keine anforderungen an dich sondern ich kann dich auch lassen so wie du bist wenn du halt mal komisch für mich bist und so das ist dann auch ist dann auch in ordnung aber das sind eben die die zwischenmenschlichen freundschaften wenn ich dich richtig verstanden habe dann meinst du freundschaft mit sich kann auch heißen sich selber mögen sich selber loben sich selber gut finden das sind ja alles sachen die schwerfallen also meinst du das ja aber genau das was du gerade finde ich so schön beschrieben hast von dem was für dich ein guter freund oder eine echte freundin bedeutet ich kann mich auf den verlassen ich kann mich zeigen wie ich bin wir freuen uns gemeinsam und wenn es mir nicht gut geht kann ich zeigen dass das ich dass ich gerade not habe und wenn ich komisch bin lässt die andere person nicht so sein wie ich bin und da so die rückfrage wenn sie nicht so persönlich ist wenn du in dein eigenes leben schaust wie gehst du denn mit dir selber um wenn du dich gerade mal komisch fühlst oder was mies läuft oder wenn dir was gelingt gehst du da so um wie ein guter freund mit dir oder vielleicht durchaus auch mal anders ich glaube wie ein guter freund geht mit mir nicht um ich habe mich in der vorbereitung dieses gesprächs auch gefragt ja wie gehe ich mit mir um kann ich mich eigentlich selber loben also wenn ich was gemacht habe zu sagen es hast du gut gemacht das kommt eigentlich selten vor es kommt eher so vorher das könnte noch so sein es könnte noch besser sein also es ist schon strenger ich glaube ich bin strenger mit mir als mit einem freund oder mit einer freundin ja streng ist das richtige wort ja ich bin strenger und das ist ein ganz also willkommen im club ich kenne das auch ja da stellt sich die frage wenn wir so streng sind miteinander woran liegt das oder gibt es einen gesellschaftlichen grund dafür dass wir in einer kultur leben wo wir persönlich uns sagen wir genügen nicht also ich bin ungenügend ist das ein gesellschaftliches phänomen ja das halte ich für ein gesellschaftliches phänomen nicht nur natürlich aber auch weil wir in einer gesellschaft leben die ganz und gar von diesem kapitalistischen leistungsgedanken geprägt ist und zwar so dieses up or down grow or out also optimiere dich sonst bist du draußen sieger und erfolgreiche bestimmen die szene das ist im wirtschaftlichen bereich aber der wirtschaftliche leistungsgedanke oder optimierungsgedanke hat ja eigentlich alle lebensbereiche geflutet also wie häufig fragt man sich ja bin ich genügend erfolgreich genügend schlank genügend fit genügend eloquent genügend durchsetzung stark oder kann ich mich da nicht noch verbessern also dieser selbstverbesserungs drang diese selbstoptimierung hat eigentlich alle lebensbereiche geflutet und das problem ist wenn ich glaube alles ist optimierbar und ich kann es noch ein stückchen besser machen was ich gerade gebracht habe so wie du es ja auch von von dingen von dir erzählt hast wo du was gut läuft aber es hätte schon noch ein schäufelchen besser sein können so dieser gedanke immer ist die sache noch steigerbar nähert indirekt ja das gefühl ich genüge nicht weil irgendwann ist der anspruch eben zu groß und ich laufe unten durch wie beim stab hochsprung irgendwann ist die latte so hochgelegt dass ich sie auf jeden fall reise naja man könnte das zusammenfassen mit den wörtern bei uns geht es so in der gesellschaft besser schneller höher weiter aber wer das nicht befolgt der gehört ja eigentlich nicht dazu wenn ich nicht so kritisch mit mir bin wenn ich sage ich bin okay bin ich doch ein exot oder aber ein anziehender gut wie immer auch ja aber naja das ist ja eigentlich ist ja dass der gedanke zu sagen wir folgen dem nicht diesen strenge kritiker dem kritiker den man mit sich rumträgt dann würde man ja dem system auch widersprechen und sagen da spiele ich nicht mit ich mache bei höher schneller weiter mache ich nicht mit ja und ich finde es sehr sinnvoll ich finde es ausgesprochen sinnvoll sich zu überlegen schwimme ich mit in dieser welle und zwar sinnvoll im blick auf das eigene leben und sinnvoll auch im blick auf unsere gesellschaftlichen entwicklung also ich meine wir sehen ja auch gesellschaftlich und und auch im blick auf die ganze welt wohin diese schneller höher weiter führt zur klimakatastrophe und vielen anderen wirklich katastrophalen gesellschaftlichen entwicklungen aber wenn ich nochmal den blick auf die eigene biografie richte wenn ich aufmerksam werde darauf ich bin mir eigentlich ein knallharter chef im eigenen innern der mich permanent antreibt und möchte ich nicht eher eine andere beziehung eine andere haltung mir gegenüber entwickeln bedeutet das ja nicht dass ich dann irgendwie nur schlaff in den seilen hänge oder mittelmäßig daher komme sondern das kennen wir ja auch denke ich aus beziehung oder auch aus der kindererziehung kinder werden nicht dann zu kreativen menschen die ihre gaben entfalten wenn man auf sie einprügelt wenn ihnen nicht gelingt oder was schief läuft sondern wenn sie in einem sicheren rahmen sind wagen sie auch neues auszuprobieren also ich glaube dieser prügel der selbstkritik der lebt von dem glauben daran unter anderem lebt er von dem glauben daran nur wenn ich mich ordentlich fordere und immer wieder antreibe mit einer peitsche dann bringe ich mein bestes aber eigentlich untergräbt es die freude und kreativität und leistungskraft weil einem dann nämlich die angst im nacken sitzt hoffentlich unterläuft mir kein fehler aber wer ist denn dann der antreiber man will ja weiterkommen man will ja nicht stehen bleiben man will ja schon nicht unbedingt höher schneller weiter man will doch sich irgendwie entwickeln ja ist denn dann der antreiber wenn ich glaube es braucht kein antreiber antreiber ist ja da läuft ja jemand hinter mir her wie ein schäferhund der zähne fletschend hinter mir her läuft und da nehme ich schon die beine unter den arm und rennen weg und das macht angst und das ist ein antreiber aber ich glaube es steckt ja im leben eines jeden menschen der drang die eigenen gaben entfalten zu wollen so wie du um noch mal das bild der freundschaft zu bringen freunde sind ja häufig auch so sehr viel hellsichtiger für das was so an potenzialen im freund oder in der freundin schlummert als man für sich selbst und man möchte ja das beste für den freund oder die freundin und dass sie ihre gaben entfaltet und dass sie lernt sich mit ihren grenzen auszusöhnen also ich glaube wir brauchen keinen antreiber um uns selbst im ganz positiven sinn verwirklichen zu wollen du hast eben gesagt das beste wollen aber wie kriege ich denn raus was für mich das beste ist ohne den vergleich es gibt ja den vergleich immer ich möchte so sein wie der ich möchte so gut sein wie die also wie schaffe ich das ohne den vergleich also ich glaube sich zu vergleichen oder so zu schauen wo und wie kann ich mich einordnen ist etwas sehr normales ich glaube es wird dann problematisch und das ist sehr sehr häufig wenn der vergleich dazu dienen soll so sich der eigenen überlegenheit zu vergewissern oder daraus das selbstbewusstsein zu ziehen weil dann werden wir einander zu konkurrenten und entweder bin ich obenauf oder hab den patzenjammer weil ich schlechter bin als die person mit der ich mich vergleiche und wie werden wir aufmerksam auf das was wirklich stimmig ist ja so also da gibt es viele punkte ich denke als erstes wie eben auch in einer freundschaft in der freundschaft habe ich interesse an der anderen person frag mich wie es ihr geht und widme ihr zeit und aufmerksamkeit und das ist sicher einer der ersten entscheidenden schritte in dieser kunst mit sich selbst freundschaftlich umzugehen interesse zu entwickeln an der art und weise wie ich die beziehung mit mir selber lebe interesse zu entwickeln wie es mir geht um dann eben zu schauen zum beispiel beim thema selbstkritik ja wie kann ich da diesen selbstkritiker ein stückchen entmachten dass er nicht oberwasser hat fragst du dich manchmal wie geht es mir tust du das ja nicht nur ja also ja ich mein hallo ja also im sinne der selbst wahrnehmung was bewegt mich gerade was 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 geht mir durch kopf herz und sinn ich glaube nur dann wenn wir uns für uns interessieren wohlwollend neugierig ja wohlwollend neugierig auch immer wieder den blick auf uns selbst lenken werden wir auch mitbekommen was uns wichtig ist wo wir uns überfordern wo wir uns wo wir eine schlechte beziehung eingehen die uns eigentlich schadet oder eine toxische beziehung das kriegen wir nur dann mit wenn wir immer wieder auch in uns selbst hineinhorchen also meine eltern würden jetzt sagen sie leben nicht mehr aber meine eltern hätten gesagt nämlich nicht so wichtig ja 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 und das wird frauen noch mal besonders gerne glaube ich auch gesagt nämlich nicht so wichtig das ist egoistisch wenn du jetzt mit dir selbst befreundet sein willst ich halte das für falsch du kannst nur dann jemanden einem guten freund sein wenn du auch mit dir selber freundschaftlich umgehst wenn du wenn du dich selber nicht kennst dann wirst du deine erlittenen wunden unbewusst an anderen aus agieren dann wirst du dann werden projektionen und alte beziehungsgeschichten in die aktuellen beziehungsgeschichten total rein regieren dann wirst du dich schlecht entscheiden wenn du nicht weiß was dir wichtig ist worauf es dir ankommt es ist eine entscheidung also ich halte das für eine sache von loyalität sich selbst gegenüber und ich denke wir selbst sind die person die wir als allererstes loyal gegenüber sein sollen denn erst dann können wir auch verbindlich und loyale beziehungen mit anderen leben was meinst du gibt es gründe die in der erziehung liegen dass wir das ich behaupte das jetzt einfach mal dass wir das nicht so gut können uns selber zu betrachten ist das ein erziehungs phänomen auch ein erziehungs phänomen ich frage mal konkreter werden kinder so groß dass sie lernen sich selbst ab und zu mal anzuschauen oder jugendliche ich meine ich denke kinder und jugendliche lernen am besten dadurch dass die vorbilder haben die das vorleben und ich kenne in der zwischenzeit durchaus jetzt wieder ich arbeite ja viel mit studierenden die sagen also meine eltern die sind ja echt permanent am handy ich nehme mal handy freie zeit also es ist die frage was auch eltern davor leben auch an muße an introspektion an nachdenken und natürlich auch an echten interesse wie geht es dir also ich denke die freundschaft mit anderen lebt von der freundschaft mit sich und umgekehrt die freundschaft mit sich lebt natürlich auch von tragfähigen beziehungen dass ich mich in räumen bewege wo ich merke man bringt mir interesse entgegen und ich kann da sein mit meiner größe mit meinem erfolg und da freut sich jemand mit mir und ich kann da sein wenn ich mich mies und elend fühle und da fällt mir jemand nicht in den rücken sondern stärkt mir den rücken und das finde ich ja einen punkt deswegen habe ich auch dieses buch über die kunst mit sich befreundet zu sein geschrieben weil ich da merke dass dieser selbstkritiker ist so das volksleid nummer eins meines erachtens nach stichwort freundschaft wir leben in einer zeit wo das wort freundschaft auch in sozialen netzwerken viel benutzt wird und da hat man dann ganz viele freunde ist es so dass die sozialen netzwerke womöglich dazu führen dass wir narzisstischer werden nicht mehr über uns nachdenken sondern nur noch gucken wie sehe ich im vergleich zu der frau aus wie sehe ich im vergleich aus zu diesem mann was kann der was kann ich also sagen wir mal dass das medium netzwerk oder das internet dazu führt wir vergleichen uns zunehmend und unser innerer kritiker wird noch mehr gefüttert der selbstkritiker kriegt noch mehr futter ich glaube das ist eine spirale wenn wir einen sehr starken inneren selbstkritiker haben dann vergleichen wir uns mit anderen weil dann suchen wir ein starker innerer selbstkritiker heißt ja ich verletze mich seelisch selbst ich sehe urfeige mich seelisch und das schlägt sich natürlich im selbstwert empfinden nieder und und das das leidet und zerbröselt darunter und das heißt dann suche ich die anerkennung im außen dadurch dass ich viele likes habe dadurch dass ich angesehen dadurch dass ich beliebt bin erfolgreich bin und wenn ich dann im netz unterwegs bin und dann nicht so viele likes habe oder sehe aber das helfe von einer anderen person also war also die sieht ja echt genial aus und schau mich dann mal dagegen an wenn der vergleich dem dienen soll dass ich mein selbstwert empfinden aufbaue dann ist das sich vergleichen das ende der des inneren friedens und der anfang des des unglücks würdest du sagen das internet ist in dieser beziehung schädlich ich glaube es hängt natürlich immer von der art und weise ab wie wie menschen ist nutzen aber als im großen strom glaube ich schon dass das so eine narzisstische tendenz und eine ganz stark außen orientierte tendenz verstärkt und je mehr ich im außen bin umso weniger finde ich auch meine wurzeln in mir und bin ich weniger in mir selbst daheim und damit wird eben auch der selbstkritiker dann noch mal bekommt er noch mal schnell oberwasser wir reden ja darüber mit sich befreundet zu sein das heißt sich auch zu akzeptieren wer setzt denn eigentlich die werte was in ordnung ist also wer setzt die werte ich bin okay ich bin mit mir zufrieden finde ich eine sehr wichtige frage ich kann ja mein leben lang mit mir unzufrieden sein aber wer sagt mir so ist es gut andreas also ich halte das für eine ganz ganz wichtige frage die die jeder auch für sich selbst letztlich nur beantworten kann also ich denke wir lernen ja die werte unbewusst so im aufwachsen übernehmen sie von den bezugspersonen von der peer group von vorbildern wir bekommen werte über die gesellschaft vermittelt eins darüber haben wir vorhin schon gesprochen also so dieses selbst optimierungs paradigma also schneller höher besser und du kannst immer noch eins drauflegen und ich denke es ist wichtig da das hat was für mich mit erwachsenen selbstbestimmten leben zu tun auch darauf aufmerksam zu werden nach welchen werten lebe ich eigentlich und sind das überhaupt wirklich meine eigenen werte oder habe ich sie übernommen und es gilt mich von ihnen zu distanzieren weil ich für mich selbst entdecke nein es kommt mir nicht auf schneller höher schöner erfolgreicher noch mehr likes noch mehr sex noch mehr besitz ich weiß nicht was an sondern für mich sind andere werte leitend und da ist jede jeder mensch selbst aufgefordert und eingeladen die werte zu entdecken für die die er oder sie auch meint es lohnt sich dafür zu leben aufgefordert und eingeladen klingt schön aber wo entdecke ich denn diese werte ich weiß jetzt vielleicht nicht zu schwierige frage aber es klingt so einfach entdecke deine werte die neben höher schneller weiter existieren wo kann ich die herkriegen also ein element das ich ziemlich hilfreich finde ist so der schritt ist schon aus dem dankbarkeitstagebuch bekannt was da einer positiven psychologie bekannt ist oder auch aus der spirituellen tradition wenn ich mal über mehrere wochen hinweg abends aufschreibe wofür bin ich dankbar was hat mich erfüllt wo merke ich da war ein lichter moment der einfach in sich sinnvoll und bedeutsam ist und wenn ich da jeden abend drei vier punkte aufschreibe und dann nach zwei drei monaten mir das dann mal durchlese dann werde ich einen roten faden entdecken dann taucht vielleicht bei einem auf ja wo ich immer wieder für andere was getan habe oder wo ich mir zeit genommen habe um einfach in der natur zu sein oder wo ich was mit den händen getan habe und einfach mehr in den sinnen war und nicht nur im hirn und dann wird man entdecken welche elemente sinn und bedeutung auch in mein leben hineinbringen ich möchte mal umdrehen was passiert wenn jemand feststellt ich bin nicht mein freund wenn jemand das wirklich innerlich feststellt da kenne ich viele weil ich mache ja viele kurse zu diesem thema mit menschen und nicht selten heulen leute rotz und wasser wenn sie merken es gibt ja diesen film ziemlich beste freunde ich bin mir selbst ein ziemlich bester feind 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 oder zumindest ich bin meine trainerin aber nicht meine freundin und trainerin ist immer noch mal darauf ausgerichtet ich will eben muss noch mal schauen mich zu mehr leistung oder mehr ansehen oder so anzutreiben und also wenn einem wirklich existenziell emotional und existenziell nahe geht wie hart wir uns selbst ausbeuterisch oder verachten wir bisweilen mit uns selbst umgehen oder wie menschen sich zum teil über ihr leben lang auch klein machen und das ist natürlich auch biografisch auch auch mit bedingt mit welchen elterlichen botschaften wächst man auf dann kann ein das echt erschüttern und das ist gut wenn es einem weh tut ganz ehrlich ist es zwar nicht schön aber es ist gut denn dann dann kann sich was im leben verändern wie schaffe ich das wenn du sagst ich bin mein bester feind ja diesen feind zu verjagen kann man das so einfach oder ist es ein prozess ich finde die frage ziemlich gut weil ich sie nicht so ganz richtig gestellt finde ja ich war bei dem bild dass da menschen in tränen ausbrechen weil sie an sich feststellen ich bin mein bester feind ich bin mein trainer eigentlich bin ich nicht gut zu mir ja und die frage die sich ja dann stellt wie kann ich denjenigen der das den trainer den feind kann ich den irgendwie verjagen genau und diese frage ist so naheliegend ich verstehe sie so gut dass du sie stellst aber ich finde sie irgendwie ein stückchen falsch gestellt weil ich glaube so funktioniert das nicht mit dem inneren selbstkritik also ich finde die frage wirklich gut weil die ganz viele stellen oder wie am besten wie kann ich ihn wie kann ich ihn wirklich abmurksen ja ich will die loswerden das ja ja das verstehe ich aber das problem ist also sagen wir mal so ich glaube der erste entscheidende schritt liegt darin dass du darüber stolperst und es dir wehtun lässt wie abschätzig du mit dir selbst umgehst und dass du möglicherweise oder dass ich oder dass jemand möglicherweise mit sich selbst so umgeht wie es sich nie durch jemand anders gefallen lassen würde wenn ich mir vorstelle wenn andere mich so beschimpfen würden wie ich mich bisweilen selbst beschimpfe würde ich selbst längst sagen komm rutsch mir im buckel runter mit dir will ich nichts mehr zu tun haben und wenn einem das aufgeht dann ist der erste entscheidende schritt gewonnen denn dann kann ich ursachen forschung machen sind diese erwartung die ich an mich habe da und die dann zu einer großen selbstkritik führe sind die nicht völlig überzogen und unrealistisch ich glaube es ist und also es ist nicht zielführend die selbstkritik durch selbstkritik verjagen oder besiegen zu wollen es ist glaube ich wichtig diese stimme des inneren selbstkritikers zu hören und die wird immer dabei sein unser gehirn funktioniert so dass das es permanent auf wanderschaft geht und dass wir auch permanent im dialog mit uns selber sind der punkt ist dass wir auf die überkritischen dialoge in uns aufmerksam werden und sie in wohlwollendere dialoge verwandeln ich kenne menschen die werden krank und dann fangen sie an zu forschen woher kommt diese krankheit und darüber wo wir gerade gesprochen haben fällt mir ein es könnte sein dass sie krank werden weil ihr selbstkritiker zu mächtig ist gibt es dann zusammenhang zwischen selbstkritik und dann körperlichen reaktionen ich denke schon also ich würde gerne mal so noch mal so das bild der freundschaft bringen wie würdest du dich fühlen vielleicht gibt es ja so einen intim feind in deinem leben keine ahnung also so besonders besten feind oder einfach mit menschen mit denen die dir nicht wohlgesonnen sind und wenn man sich dann wenn du dir dann vorstellst wenn der dir permanent im nacken sitzt und permanent dich beäugt und guckt ob da nicht ein haar in der suppe findet und ob der herr bohrmann in der radiosendung nicht doch irgendwie etwas eloquenter hätte machen können oder so und wenn du dir vorstellst dass er dass der die ganze zeit neben dir sitzt wie würdest du dich fühlen bis hinein in die körperhaltung was was würde das sind ja auslösen wenn jemand wenn dein bester feind sozusagen dein intim feind permanent neben dir ist was würde das auslösen in dir auch im körperlichen und im seelischen also wenn ich ihn verjagen könnte würde ich ihn verjagen ja kannst du nicht ich kann ihn nicht verjagen es würde mir meinen spaß nehmen es würde mir magendrücken bereiten also es hätte körperliche symptome ganz bestimmt und ich habe immer gehört den schönen satz eine kritik wird nur durch fünf mal loben aufgehoben also das heißt mich für eine kritik viel mehr treffen ein lob freut mich auch aber es hat nicht den nachhall wie eine kritik eine kritik ist viel schmerzhafter als ein lob schön ist sage ich mal so das ärgert mich auch ich denke wenn man lobt kann ich genauso gut kann genauso ein gewicht haben wie kritik aber kritik ist gewichtiger und das treibt mich dann schon um ja zudem mit dem lob würde ich gern auch gleich was sagen aber jetzt bei diesem ersten punkt wenn du ihn nicht vertreiben kannst und das ist es ja der innere kritiker ist in uns und und es würde die freude rauben du würdest magenbeschwerden bekommen du würdest vielleicht auch sogar unsicherer werden weil wenn da jemand die ganze zeit sozusagen sitzt mit einer peitsche und darauf wartet ob er auf dich einprügeln kann dann ist man auch noch eher in der gefahr fehler zu machen kann auf jeden fall sein ja also permanente selbstkritik darunter leiden wir seelisch massiv und auch körperlich wenn es wirklich ein scharfer innerer selbstkritiker ist wo man sich immer klein macht immer sagt naja das war ja schon nicht schlecht aber eigentlich hätte es doch noch mal fünf stufen besser sein können das löst auch seelischer schmerz löst genauso auch ausschüttung im körper aus wie wie körperlicher schmerz melanie jetzt kommt eine frage die wird dir bestimmt nicht gefallen na na gibt es einen unterschied vom selbstkritiker beim mann oder frau präziser gefragt hat ein mann einen anderen größeren selbstkritiker oder hat die frau den größeren selbstkritiker warum soll mir die frage nicht gefallen naja weil ich dich das als mann frage ich könnte jetzt behaupten ihr frauen also das behaupte ich sogar einfach mal schlichtweg ich glaube dass frauen mehr kritiker selbstkritiker haben als männer alleine wenn ich beobachte wie frauen sich gestalten abwägen habe ich die richtige bluse an passt der rock zur bluse steht mir das wow das ist schon anstrengend erlebe ich so als man ja und es gibt ja auch viele forschung dazu angefangen von der schule wie schätzen mädchen ihre leistung ein wie schätzen jungs ihre leistung ein dass jungs da durchaus ganz anders selbstbewusst und auch selbst überschätzend unterwegs sind als mädels die sich häufig deutlich schlechter einschätzen und das geht dann auch so weiter blick auf das aussehen ist das ja ganz ganz offenkundig also essstörungen sind primär wenn es jetzt um schlankheit geht sind essstörungen ist primären in problemen von von jungen mädchen und frauen und nicht wie wohl es auch bei männern zunimmt also ich glaube dass auch so auch die bedeutung des aussehens bei männern und die kritik am eigenen aussehen auch zugenommen hat sagen auch so studienergebnisse grundsätzlich denke ich herrscht in unserer gesellschaft ein ganz anderer anspruch gegenüber frauen dass sie was bringen müssen um zum beispiel einen bestimmten job oder zu bekommen als als bei männern und das geht eben auch einher mit verinnerlichten ansprüchen an sich selbst würdest du sagen dass frauen weil sie einen stärkeren selbstkritiker haben auch fähiger sind diesen selbstkritiker zu besiegen oder ihn zu verjagen sind frauen der stärker als männer lieber andreas ich finde das so eine schöne männliche frage die du jetzt hast den selbstkritiker zu besiegen oder verjagen ich würde sagen es soll eine stimme unter vielen stimmen im eigenen innern werden es geht nicht darum ihn zu besiegen es geht darum dass er nicht mehr auf dem thron sitzt und das zepter in der hand führt in meinem eigenen inneren orchester und ich finde das so eine typisch wenn ich wenn wir jetzt schon in stereotyper unterwegs sind typisch männlich kämpferische sprache es geht um sieg und niederlage man könnte ja auch sagen ich lerne den selbstkritiker einzuhegen und dass ich auch die potenziale die in einem kritischen blick auf mich selbst liegen dass ich sie auch für mich nutze also ich bin mir sicher dass es frauen gibt die über befreundet sein nachdenken und auch siegen und verjagen als ihr repertoire haben da bin ich mir ziemlich sicher ja ja will ich jetzt auch gar nicht bestreiten ich wollte mich nur kurz wehren ja aber bleiben wir noch mal bei bei mann und frau wir haben noch nicht über die männer gesprochen weil du ja über die frauen gesprochen hast ist es bei männern mehr der selbstkritiker der sich im im erfolg und im beruf abspielt und nicht in der ja im aussehen im seien im auftreten sondern mehr so in diesen ja harten dingen wie ich habe erfolg ich verdiene viel geld dieses mein boot mein haus meine frau ja ist das mehr das was männer ausmacht wenn es um die selbstkritik geht also ich kann jetzt da letztlich ja natürlich auch nur aus meiner eigenen beratungserfahrung oder mein beziehungserfahrung berichten ich denke schon dass wir einfach durch die geschlechterstereotyper nach wie vor sehr geprägt sind in unserer gesellschaft wie wir als mädchen und jungs aufwachsen und wie wir eben auch als frau oder als man in der welt sind und da ist sicher eine stärkere außenorientierung oder karriereorientierung berufliche orientierung konkurrenzorientierung etwas was bei männern ausgeprägter ist also wir wachsen jungs auf lass dir nichts gefallen prügel auf dem schulhof zurück und bei mädchen sind andere werte die die einem auch von der erziehung her nahegelegt werden also wir haben über den selbstkritiker gesprochen und ich würde doch gern noch mal wissen was kann ich tun du hast gesagt man muss ihn erst mal kennenlernen und ihm auf die spur kommen aber kann es mir auch gelingen dass ich ohne selbstkritiker lebe oder ist es eine art kontrollinstanz die womöglich auch brauche ja ich denke so im bild eines eines inneren parlaments so wie bei uns im bundestag diskutiert wird sind wir in uns selbst ja auch ganz vielstimmig gibt es sehr viele verschiedene stimmen und eine dieser stimmen ist eben diese selbstkritische stimmen und das problem ist dass die so wahnsinnig vorlaut ist und irgendwie ratsvorsitzende und bundeskanzlerin und alles in einem ist hat man den eindruck und und häufig alle anderen stimmen niedermacht und es ist hilfreich wenn wenn man diese stimme ein stückchen zähmt und und ich zähme sie dadurch dass dass ich auf sie aufmerksam werde kritisch rückfrage dass ich mich dann auch mal frage in welchen situationen wird der selbstkritiker so laut ist das wenn ich vielleicht stundenlang im internet gesurft habe und mich verglichen habe mit menschen was völlig unrealistisch ist ist das wenn ich mit bestimmten personen kontakt bin wo ich mich immer klein gemacht fühle lassen sie uns mal konkret machen du schreibst bücher melanie wolfers schreibt bücher du hast eine seite geschrieben und dann nach ein paar stunden kommt der selbstkritiker und sagt melanie das ist quatsch was du da geschrieben hast so geht das nicht was machst du mit ihm auch das wäre schön wenn der erst nach ein paar stunden kommt der kommt häufig nach der zweiten zeile der selbstkritiker ich kenne gut und dann und dann dann passiert es mir manchmal dass ich da wirklich dann auch erst mal drin bin und dann kriege ich wirklich keine nächste zeile zustande weil ich alles banal platt und oberflächlich finde und wenn mir dann gelingt und deswegen finde ich immer wieder auch so wichtig so so in sich hinein zu horchen darauf aufmerksam zu werden weil das ist ja das problem diese inneren dialoge laufen zum allergrößten teil unbewusst ab dass das redet ja permanent in uns und sobald sie mir bewusst werden kann ich einen schritt zurücktreten und sagen ist es denn wirklich so banal und vielleicht streiche ich dann auch einen satz durch oder ich sage na jetzt schreibst du einfach mal weiter und häufig wenn wenn ich dann wirklich einen knoten im kopf habe löse ich mich dann auch vom von meinem bildschirm und sagt und jetzt schaue ich drei minuten aus dem fenster und atme tief durch und meiner selbst bewusster gehe ich dann wieder an an die arbeit heran also ich versuche so diesen diesen redefluss diese diarröe des selbstkritikers zu unterbrechen und auch auch diesen dialog zu verwandeln also es gibt ja in der zwischenmenschlichen kommunikation so dieser von dem ich sehr viel halte die gewaltfreie kommunikation also dass man so aggressive kommunikationsweisen verwandelt in eine mit mehr selbst offenbarung also wo man einfach mehr auf verständigung aus ist und ich glaube das ist auch erlernbar und das versuche ich im umgang dann mit mir selber eben weniger gewaltfrei weniger aggressiv sondern wohlwollender dann auch dinge zu formulieren wir wollen mal testen ob du gut mit dir umgehen kannst es ist alles fertig geschrieben das buch ist im verlag es wird gedruckt und du bekommst noch die warm gedruckte ausgabe nach hause geschickt hast das buch in der hand steckst die nase rein und schnuppers dran was sagt melanie zu sich als freundin wow wie schön sagt sie auch habe ich gut gemacht ja okay und ich kann das auch sagen und das war übrigens auch noch der zweite punkt den ich vorhin zu dir sagen sollte wo du sagtest die kritik wiegt viel schwerer eine kritik wiegt so viel wie fünf mal lob ich halte das für so so wichtig also das eine so dieser umgang mit dem selbstkritiker ihnen stückchen einzuhegen und das andere ich meine echte freundschaft jetzt zwischenmenschliche freundschaft besteht doch auch darin dass du mit deinem freund dessen erfolge feierst oder dass eine gute freundin von dir die auf die schultern klopft und sagt mensch andreas das war jetzt echt toll was dir da gelungen ist und sich mit dir freut geteilte freude ist doppelte freude aber sich selber auf die schulter hauen das ist schon noch was anderes ja aber ich glaube das ist wichtig zu lernen und das ist gut also lernen wert zu schätzen wenn dir was gelungen ist was weiß ich wenn ich jetzt zur krebsvorsorge gehe kann ich dann sagen naja ich habe auch ein halbes jahr gebraucht wird auch echt mal zeit oder ich kann sagen tapfer dass du dich diese ängstigen untersuchung gestellt hast also ist ja immer die frage wie wir wie wir dinge bewerten und ich kann das haar in der suppe finden oder ich kann mir selber den rücken stärken und da mache ich noch mal wirklich das ein plädoyer für dieses bild der freundschaft ich finde es extrem hilfreich sich immer mal wieder zu fragen wenn dir was gelingt ja wie würden jetzt ein guter freund mit mir umgehen und dann dir das was von ihm abgucken oder wenn du einen karren vor die wand fährst dich zu fragen wie würde jetzt ein guter freund mit mir umgehen also mein eindruck ist dass wir das hast du eingangs ja auch gesagt häufig emotional viel wohlwollender intelligenter mit anderen umgehen als mit uns selbst und warum uns dann nicht von unseren zwischenmenschlichen freundschaften etwas abgucken für die beziehung mit uns selbst und eben auch im blick auf das lob mit dem fragezeichen können wir uns glaube ich verabschieden da gibt es einiges zu denken vielen dank melanie nach wien dankeschön für dieses schöne gespräch danke ich hoffe im nachklang ist unser selbst kritiker nicht allzu laut sondern dass wir auch zufrieden sind danke dir auch für schöne gespräch ich werde ihn besiegen wunderbar viel glück wir reden nächstes mal weiter ganz schön mutig hört ihr wieder in zwei wochen und wenn ihr keine folge verpassen wollt dann abonniert auch den podcast in einer app eurer wahl wir freuen uns natürlich auch über lob kritik und wenn ihr mögt sternchen die ihr anklickt ein podcast für erfülltes leben so heißt es in der unterzeile wir wollen auch wissen was euch beschäftigt was liegt euch denn so auf der seele und über welche themen sollten wir mal reden dann schreibt uns gern eure vorschläge an podcast at melanie wolfers.de also podcast at melanie wolfers.de dies noch wenn ihr informationen zu melanies bücher finden wollt findet ihr sie auf der seite melanie wolfers.de sowie bei facebook und instagram all diese infos wenn das zu schnell ging und links auch in den show notes dieser episode so viel für heute in zwei wochen heißt es dann wieder ganz schön mutig macht es gut bis dahin tschüss und dann wieder ganz schön